Hallo liebe Kinder, heute esse ich mit dem Mund. Ohne die Hände. Gar nicht mal mitnehmen, sondern so. Okay, Freunde. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Und das ist die Erdbeere. Ich mache sie ein bisschen mehr dran. Und hier ein bisschen weiter weg. Tschüss. Tschüss. Und vergesst nicht, wenn es euch dem Video gefällt, den Daumen hoch machen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.